Michelle wird zum ersten Mal Oma. Ihre Tochter Celine Obelor ist schwanger. Michelle wird zum ersten Mal Oma. Aufregende Zeiten warten auf Michelle, 52. Derzeit ist die zierliche Sängerin zwar noch auf großer Abschiedstour durch Deutschland, doch in wenigen Monaten heißt es, Windeln wechseln und Fläschchen geben. Nein, die schöne Künstlerin erwartet selbst keinen Nachwuchs mehr, aber die Wahlkölnerin wird zum ersten Mal Oma. Die freudige und zugleich überraschende Nachricht verkündete sie gerade bei einem Konzert und strahlte dabei über beide Ohren. Ihre älteste Tochter erwartet ihr erstes Kind. Celine Obelor steht nicht in der Öffentlichkeit. Celine Obelor, 27, stammt aus Michels erster Ehe mit dem ehemaligen Windmusiker Albert Obelor, 61. In einem früheren Interview erzählte Michelle Stolz, meine älteste Tochter wollte immer auf eine Theaterschule gehen. Das habe nicht ihr ermöglicht. Die Ausbildung an der Theaterakademie Köln hat Celine bestanden. Ihre Karriere verfolgt sie seitdem mit großer Leidenschaft und viel Engagement. Doch im Gegensatz zu ihrer berühmten Mutter und ihrer jüngeren Halbschwester, Sängerin Marie Reim, 23, deren Leben und Karrieren im Rampenlicht beäugt werden, hält sich Celine bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Ob es ihr dann so recht ist, dass Mama Michelle nun allen von ihrem privaten Glück erzählt? Immerhin kam sie voll und ganz auf sie zählen. Michelle wurde selbst Frühmutter und musste ihre drei Töchter größtenteils alleine erziehen. Oftmals keine leichte Zeit. Nicht nur für Celine beginnt jetzt ein aufregendes, neues Kapitel im Leben. Mit der Geburt des ersten Enkelkindes schlüpft auch Michelle in eine neue Rolle. Als Oma wird sie sicher eine Wucht und kann Celine mit viel Rat und Tat zur Seite stehen. In ihrem kommenden Ruhestand hat sie dann auch viel mehr Zeit, ihr erstes Enkelkind zu verwöhnen.